Lerch und Partner, ihre Generalunternehmer von Winterthur. Jetzt mit über 20 aktuellen Wohnprojekten im Grossraum Zürich. Der Panoramaweg in Kloten ist schon bald ihr Traum zu Hause. Es entstehen vier Attika und vier Gartenwohnungen sowie vier Atriumhäuser. Die erhöhte Lage verschafft einem eine wunderbare Aussicht. Die weltoffene, urban- und zugleich ländliche Umgebung bietet viel Raum zum Leben und wird Sie inspirieren. Im optimal erschlossenen Kloten erleben Sie grosszügigen und hochqualitativen Wohnkomfort. Ein absolut innovatives und einzigartiges Projekt. Weitere spannende Wohnprojekte finden Sie unter www.lerchpartner.ch-immobilientram. Wir schaffen Raum für Ihre persönliche Entfaltung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017